Meine Motivation, damals zu den Wiener Linien zu gehen, war ganz klar, die wir befinden uns in einer waschechten Klimakrise. Und in meiner Position als Application Manager kann ich maßgeblich dazu beitragen, dass wir die Mobilitätswende auch zu einem Erfolg machen. Mein Name ist Timo Schulz und ich bin SAP Application Manager bei den Wiener Linien. Ich trage dafür Sorge, dass die Tickets digital den Weg am Ende über die WienMobil App zu den Kundinnen finden. Anders als man vielleicht denken könnte, ist man bei den Wiener Linien als Application Manager mit dabei ab Beginn. Man ist dabei bei Kundinnenumfragen, der Erhebung der Wünsche und Bedarfe auf Kundinnenseite. Und gerade mit diesem Wissen, dass man daraus zieht, kann man dann die Produkte und Neuerungen bestmöglich eben umsetzen und in die digitale Welt implementieren. Ganz klare Herausforderung in meinem Job ist der Balanceakt zwischen Erwartungshaltung und Wünschen auf der einen Seite und der technischen Machbarkeit auf der anderen Seite. Und diesen Balanceakt so zu meistern, dass am Ende alle Seiten möglichst zufrieden sind. Ganz besonders an meinem Job finde ich, dass wir in einem so großen Konzern wie den Wiener Linien bereits moderne, agile Methoden umsetzen, wie das Spotify-Modell. Was uns ermöglicht, über Referats- und Abteilungsgrenzen hinweg mit Kolleginnen zusammenzuarbeiten und somit das Maximum aus den Wiener Linien herauszuholen. Wir sind viel in Fortbildungen. Die Wiener Linien investieren sehr viel in die Fortbildung und Ausbildung ihrer MitarbeiterInnen, auch im laufenden Geschäft und auch das finde ich, ist ein großer Vorteil, wenn man bei den Wiener Linien arbeitet.